Der FC Schalke 04 geht gegen Manchester City als klare Außenseiter ins Achtelfinale der Champions League Trainer Domenico Tedesco rechnet sich aber trotzdem Chancen aus und will Schwächen beim Gegner erkannt haben, Verteidiger Bastian Oczepka will Cities Favoritenrollen nicht überbewerten. Für Per Mertes Acker ist klar, wer im Duell zwischen dem FC Schalke 04 und Manchester City die Nase vorn hat Man City ist in jedem Fall haushoher Favorit, erklärte Arsenals Nachwuchschef wenig überraschend im Kicker Diese Aussage lässt aber durchaus nach so viel Interpretations-Spielraum, dass er den Königsblauen durchaus eine kleine Chance zutraut Eine spätere allerdings nicht. Angesprochen auf das Gesamtergebnis der drei-deutsch-englischen Achtelfinals sagte Mertes Acker, es wäre top, wenn zwei von drei durchkämen Das wäre ein Jackpot. Ich gehe von einer Mannschaft aus, Dortmund oder Bayern. Mit anderen Worten, Schalke spielt keine Rolle, mehr als zwei deutsche Teams werden es nicht schaffen Mit dieser Meinung steht der 34-Jährige bei weitem nicht alleine da. Es gibt wohl kaum jemanden, der den Knappen tatsächlich zutraut, City zu schlagen Einer, der natürlich an die Siegchance glaubt, ist Schalkes Trainer Domenico Tedesco Logisch, logisch, antwortete er auf die entsprechende Frage auf der Pressekonferenz vor dem Duell, auch wenn sein Team der Klaren nicht Favorit sei Auch Verteidiger Bastian Otschipka saß auf dem Podium und pflichtete seinem Chef bei, Man City muss auch erstmal beweisen, dass sie stärker sind als wir Das Spiel müsse schließlich erst einmal gespielt werden und durch das Aufeinandertreffen mit Bayern und Dortmund kennen die Schalker schließlich Begegnungen mit Weltklasse-Spielern Abgesehen von der Personalie, Ralf Fehrmann verrät Tedesco noch nicht, mit welcher Elfe er das scheinbar unmögliche Unterfangen gegen die Sky Blues angehen möchte Doch eines machte er deutlich, verbiegen will er sich und seine Mannschaft nicht Es ist so, dass wir auf uns schauen, was sind unsere Stellschrauben, was sind unsere Stärken, was sind unsere Prinzipien Die versuchen wir nicht anzutasten. Beim Gegner hat Schalkes Kodisch auch durchaus Schwächen ausgemacht Die Mannschaft von Pep Guardiola sei sehr strukturiert in allen Spielphasen, aber es sei auch normal, und das ist bei jedem Team so Wenn du etwas sehr, sehr gut machst, machst du vielleicht etwas anderes weniger fokussiert Du hast dann vielleicht den Fokus woanders, das heißt jede Mannschaft zahlt irgendwo ihren Preis Dem würdiger Diola nie widersprechen, kurz vor Weihnachten stellte er noch klar, natürlich haben wir Schwächen Zuvor hatte Jürgen Klopp behauptet, City könne sich im Titelrennen nur selbst stoppen Doch andere, auch deutlich schwächere, Teams haben den amtierenden englischen Meister in dieser Saison schon geschlagen Vor allem dann, wenn Mittelfeldmutter für Nginho fehlte Doch der Brasilianer wird gegen Schalke dabei sein, wie auch bei der bisher letzten Niederlage Cities Ende Januar in Newcastle Pep Guardiola war bei der Pleite seines Teams in Newcastle sichtlich bedient Wie machte es die Mannschaft von Rafa Benitez beim 2-1 Heimerfolg? Vor allem mit einer gut stehenden Defensive im 5-4-1-System, die kaum Torchancen der Citizens zuließ Die Guardiola-Elf spielte dagegen viel zu lethargisch und ohne Tempo, sodass die Meipies einen 0-1-Rückstand mit einer gnadenlosen Effektivität, nur zwei Schüsse aufs Tor, noch umbiegen konnten Vielleicht ist das auch ein Mittel für die Schalker, die ihre Stärken gewiss nicht im Angriff haben Seit der Niederlage in Newcastle hat Man City allerdings viermal gewonnen und dabei 15 Tore erzielt, alleine neun gegen die Top-Teams von Arsenal Chelsea Zudem wird das Team in der Champions League sicher einen Tick fokussierter auftreten als bei einem Auswärtsspiel bei einem Premier League Abstiegskandidaten, denn in der Königsklasse fehlt trotz der vielen Scheichmillionen noch immer ein großer Erfolg Wir wissen, dass wir da was zu leisten haben, gab der Discord zu, sagte später aber auch, es gibt nichts Besseres als ein K Oh! Champions League Spiel, ein Achtelfinalspiel gegen so eine Mannschaft. Da haben wir schon Bock drauf Und auch wenn die Chancen auf ein Weiterkommen noch so schlecht stehen, hat Bastian Oczepka recht, wenn er sagt, wir müssen uns einfach darauf freuen Denn mehr als die Vorfreude wird den Schalkern wahrscheinlich nicht bleiben Überraschland So wenn ich wieder keine Christmas So wenn ich wieder sagen hype werden werde, dann aber so ist da wünschbar Vielen Dank.